Musik Und wir erwarten den nächsten Läufer. Hier kommt aus Frankfurt mit seiner Kür Felix Zeng. Musik 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 Ich gebe an dieser Stelle wieder mal einen kleinen Ausblick, wie es jetzt so weitergehen wird. Es folgt zunächst eine Eisaufbereitung, bevor die Paarlaufwettbewerbe losgehen. Musik Und ich denke mal, wir können uns darauf einstellen, dass die nach Plan losgehen. Das heißt der Wettbewerb, etwa Hans-Nobes, Paare um 12.55 Uhr. Daran anschließend wird sich der Wettbewerb Juniorenpaare um 13.10 Uhr. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt aussieht. Zunächst eine Eisaufbereitung, 12.55 Uhr. Weiter mit dem Wettbewerb, etwa Hans-Nobes, Paare. Musik 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 Und hier ist das Ergebnis von Felix Zeng. Er bekommt 37,95 Punkte. Und belegt damit in diesem Wettbewerb Platz 3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.